Kann ich loslegen? Ich gehe deshalb aufs Barcamp, weil man dort auf eine Art und Weise ein Format hat, bei dem sich Menschen begegnen können und gemeinsam miteinander Ideen teilen können. Bei dem die Kreativität im Sinne von Unterhaltung, im Sinne von Gespräch, als auch im Sinne von Miteinander in einer freien Art zustande kommt. Darüber hinaus ist es so, dass dieses Barcamp auch das Miteinander fördert, im Rahmen von Visionen, Challenges und Chains und dadurch die kreativen Leute eine wunderbare Möglichkeit haben, sich und andere Talente kennenlernen zu können. Im April ist es, gell? 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 Untertitelung des ZDF, 2020